Im Volksparkstadion zu treffen ist schon sehr besonders. Ich liebe den Betze, aber das war brutal, auch weil es ein Abendspiel war. Ich glaube, es waren 10.000 Gästefans von uns dabei. Die Situation hat gepasst, sage ich mal. Und ja, dann gegen den großen HSV der 2. Liga, sage ich mal, ist natürlich besonders gegen die zu treffen, weil zu dem Zeitpunkt natürlich auch viele gedacht haben, dass man nächstes Jahr nicht mehr im Volksparkstadion spielt. Willkommen zurück zum Athletic Room Podcast. Unser heutiger Gast hat diverse Stationen von der Kreisliga bis zum Profifußball hinter sich. Seit der letzten Saison spielt er in Kaiserslautern. Ich freue mich, heute Lex, Tiger, Lobinger vorstellen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hey, servus, servus. Mega. Vielen, vielen Dank, dass du dir erstmal die Zeit nimmst. Sag mal, Tiger, wie läuft aktuell so die Vorbereitung? Erstmal sehr gerne nehme ich mir die Zeit und ja, aktuelle Vorbereitung ist in den letzten Zügen. Wir hatten jetzt gestern nochmal einen guten Test gegen Norwich und ich glaube, wir haben sehr hart gearbeitet und freuen uns alle jetzt auf die Saison. Cool. Wo habt ihr gespielt gegen Norwich? Selber in Kaiserslautern oder wo war das? Genau, genau. Also zu Hause im Fritz-Walter-Stadion bei uns. Wie war so das Niveau? Die spielen, glaube ich, Championship, oder? Genau, also Niveau war schon gut. Also hat man schon gemerkt, die können auf jeden Fall kicken und athletisch sind die auch auf einem sehr, sehr guten Niveau. Das hat man gemerkt und ja, ich glaube, war ein guter Test. Ich glaube, beide Mannschaften hatten ein bisschen die Vorbereitung in den Knochen, aber sonst, ja, war ein guter Test. Hat Spaß gemacht, auch mal gegen so einen Gegner zu spielen und sich da zu messen auf der Höhe. Und ja, mit einem Unentschieden rausgehen ist, glaube ich, ganz okay. Absolut. Was mich jetzt tatsächlich echt interessieren würde, was denkst du, wie schätzt du so grundsätzlich das Niveau Championship gegen zweite Bundesliga ein? Also natürlich hast du da jetzt noch nicht so viele Referenzen gegen die anderen Teams, aber wenn du jetzt auch so Norwich betrachtest und dann vielleicht auch andere Gegner in der zweiten Liga, wie würdest du das so vergleichen? Ja, ich glaube, die würden schon, die würden schon auf jeden Fall oben mitspielen, weil wenn man sich auch mal den Etat von der Mannschaft anguckt und wie viel Geld da in der zweiten Liga in England fließt, ich glaube, dass sie schon in Deutschland in der zweiten Liga eine große Rolle spielen würden. Perfekt. Kurze Geschichte, damit du nur weißt, was jetzt als nächstes kommt. Wir starten immer rein mit Pulling Back the Curtain. Wir wollen hinter die Geschichte schauen. Ich habe da mal zwei Artikel oder Headlines für dich vorbereitet, die du dann gleich einmal einsortieren wirst. Und ich würde mal mit der ersten Headline starten. Und dabei geht es um Folgendes. Das war in der Rheinischen Post. Für diesen Ex-Spieler von Fortuna freut sich Alofs ganz besonders. Erstes Profitor geschossen, war noch so ein bisschen die Subline. Vielleicht da, wie würdest du das einordnen? Ja, also das freut mich natürlich zu hören, dass quasi der Chef des Ex-Vereins sich für einen mitfreut. Ist, glaube ich, was Besonderes. Und ja, ich glaube, da haben sich sehr viele gefreut. Und als ich das gelesen habe, ich habe das auch zugeschickt bekommen. Und habe ich mich natürlich gefreut und mich auch danach noch bedankt für die Glückwünsche, sage ich mal. Und ja, war ein schönes Gefühl. Allgemein, wie war so die Beziehung dadurch? Natürlich, wir werden später noch mal ein bisschen über die Fortuna sprechen. Aber wie war dann auch so die Beziehung zu der sportlichen Leitung dann bei der Fortuna? Hat man da schon relativ viel mit denen zu tun, auch im Alltag? Oder ist es eigentlich eher, dass ihr, sage ich mal, nur mit dem Trainerteam arbeitet? Zu der Zeit, wo ich in Düsseldorf war, da war das so, dass die sportliche Leitung schon relativ oft vor Ort war. Also egal, ob im Trainingslager oder auch mal bei den Trainingseinheiten in Düsseldorf waren sie schon relativ oft vor Ort. Und da war man immer mal so im Austausch und hat ein bisschen gequatscht. Also, aber jetzt nicht so wie mit dem Trainer oder mit dem Staff. Aber hier und da war immer mal ein Austausch. Aber dann natürlich auch extrem schön zu hören. Das ist ja auch irgendwie so eine Wertschätzung, dass man dann auch im Guten, sage ich mal, auch gegangen ist. Ja, einfach, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ich würde direkt rüberspringen. Der Sportbasar hatte geschrieben im Februar diesen Jahres, nach Tod des Vaters, Lex Tiger-Lobinger erhält Trost von Fans und Mitspielern des 1. FC Kaiserslautern. Da jetzt einfach mal so, was mich vor allem interessieren würde und da würde ich jetzt vielleicht noch eine Frage mit anknüpfen. Wie viel Wertschätzung hast du vor allem den Fans gegenüber in dieser, ich sag mal, schweren Zeit Anfang des Jahres? Vielleicht kannst du das ein bisschen einsortieren. Ja, das war das Spiel in Paderborn. Das war unbeschreiblich. Also, das werde ich nie vergessen. Da bin ich den Fans von Kaiserslautern für ewig dankbar und das weiß ich sehr zu schätzen. Das war sehr frisch da, wo ich das auch mitbekommen habe, dass mein Vater dann gestorben ist. Und für mich war aber klar, wenn ich jetzt zu Hause bleibe und in Trauer versinke, dann weiß ich, dass das nicht gut für mich sein wird selber, sondern ich habe dann probiert, relativ schnell Ablenkung zu suchen und so gut es geht, mein Leben einfach ganz normal weiterzugehen. Und deswegen bin ich auch den Trainern dankbar, dass die gesagt haben, hey, du kannst mit nach Paderborn fahren, als 21. Mann sozusagen. Aber es war auch verständlich, dass ich dann halt nicht im Kader bin, weil natürlich waren mein Kopf und meine Gedanken woanders zu dem Zeitpunkt. Und ja, das war dann schon, als ich da auf der Bank saß und das Plakat gesehen habe und die Fangesänge und die Aufmunterung, das war schon ein sehr, sehr schöner Moment. Und ich habe das Plakat immer noch hier zu Hause und werde das auch, egal wo es hingeht, in Zukunft immer mit mir haben und bei mir behalten. Und ja, das ist so unbeschreiblich, wenn ich darüber nachdenke, habe ich Gänsehaut am ganzen Körper. Und ja, war wirklich ein schöner Moment in der doch sehr schlimmen Phase für mich, sage ich mal. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie war so grundsätzlich, jetzt gar nicht bezogen auf die Beziehung zwischen deinem Vater, sondern mehr, würdest du auch sagen, er hat einen Einflussfaktor darauf gehabt, was für einen sportlichen Erfolg du vielleicht auch hinten raus hattest? Hatte das irgendwie damit auch zu tun? Weil vielleicht auch für die ganzen Zuhörer, das nur einmal einzusortieren. Er war ja auch sportlich sehr, sehr erfolgreich, Stabhochspringer und daher hatte er ja auch eine hohe Affinität, was auch Athletiktraining etc. angeht. War das da für dich ausschlaggebend? Ja, schon. Also Sport war immer so das, was uns am meisten verbunden hat, sage ich mal. Also da ging es immer, egal bei was, es ging immer um Sport und wie kann man da noch daran arbeiten, wie kann man hier noch an was arbeiten. Und als ich jünger war, ein bisschen zu viel für mich, da konnte ich das noch nicht ganz so wertschätzen. Und ja, aber umso älter ich wurde, habe ich natürlich auch gemerkt, wie viel mich das weiterbringt und auch im Vergleich zu anderen, sage ich mal, dass ich da mit Wissen ankomme, was vielleicht andere noch nicht so haben. Und deswegen war das, also es ging immer eigentlich um Sport und wie kann ich das besser machen, wie kann ich noch daran arbeiten. Und das hat mir schon viel weitergeholfen in manchen Dingen und da war ich schon oder bin ich sehr dankbar für. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen, das ist in so einem britischen Podcast, war Frank Lampard eingeladen worden. Und er hatte auch so ein bisschen da über die Beziehung zu seinem Vater gesprochen und was für einen Einfluss er auch darauf hatte, weil er immer wieder ihn, ich sage mal, gefördert und nochmal mehr gepusht hat, vor allem was die ganze Athletik und das Extratraining angeht. Und dann hat er ja dann auch irgendwie so ein Zitat, wo er gemeint hat, das war seine meist gewertschätzte Person, aber an manchen Tagen hat er ihn einfach brutal gehasst. Ja, definitiv. Also ich kann mich auch an Tage zurückerinnern, wo ich dann noch gequält wurde, sage ich mal. Und wo ich dann am liebsten auch einfach den Raum verlassen hätte und einfach gesagt, nee, du kannst mich mal. Aber im Nachhinein, wenn man dann so ein paar Tage vergehen lässt, dann weiß man, der will eigentlich nur das Beste für einen und halt einen selber weiterbringen. Und ja, das vielleicht in dem Moment, wo es dann auch mal im Training wehtut, zu verstehen, ist dann was schwerer. Aber im Nachhinein versteht man das dann schon, dass das eigentlich nur was Gutes war. Ja, vor allem, wenn man immer zurückschaut, dann hat man da, glaube ich, auch ein bisschen mehr Distanz zu und kann das alles, glaube ich, viel, viel besser einsortieren und auch irgendwie wertschätzen. Ja, das auf jeden Fall. Es soll gar nicht weiter über deinen Vater gehen, sondern wir wollen heute über deine Geschichte sprechen und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt heute bist. Und vielleicht kannst du uns da direkt mal mitnehmen, was war dein allererster Verein, wo du Fußball gespielt hast? Beziehungsweise wo bist du vielleicht auch sogar aufgewachsen? Das kannst du ja noch mit kurz einsortieren. Genau, also ich bin in der Nähe von Bonn groß geworden in einer kleinen Stadt, die heißt Meckenheim. Und da war es halt normal, dass man halt beim VfL Meckenheim anfängt, Fußball zu spielen mit all meinen Freunden. Und ja, da ging die Laufbahn los, sage ich mal. Weißt du noch, wie lange du da gespielt hast? War das eine relativ lange Zeit? Weil in den vergangenen Interviews, die bisher schon im Athletes Room waren, die ersten Vereine, das ist ja wirklich so, wo man die ersten einfach total, nur weil man Spaß dran hat, man fängt erst mal an, ein bisschen Fußball zu kicken. Deswegen hattest du da, also wie lange warst du in diesem Verein sozusagen? Ja, schon, weil man ja dann mit vier oder fünf Jahren anfängt, war man da schon eine Zeit lang, aber jetzt auch nicht ewig. Ich weiß nicht genau wie lang, aber mit Sicherheit so fünf bis sieben Jahre, das mit Sicherheit. Das heißt, du bist dann zum VfL Rheinbach danach gelaufen? Genau, richtig. Das war dann aber schon, als du dann eher so jugendlich warst? Lass mich mal überlegen. Ich meine, das müsste eh Jugend gewesen sein, glaube ich so. Okay, das müsste dann so, als du zehn, elf warst wahrscheinlich. Genau, so elf müsste das gewesen sein. Und ich weiß auch nicht warum, aber da sind gefühlt unsere ganze Mannschaft und der Trainer sind halt ein Dorf weitergegangen zum nächsten Dorfverein. Und ja, wir wollten halt einfach in der Mannschaft zusammenbleiben und deswegen ist der Großteil halt an ein Dorf weitermarschiert und hat da halt ein bisschen gekickt. Was hattest du zu der Zeit so für eine Beziehung zum Fußball? Also war das mehr so, ey, du wolltest einfach nur kicken, du wolltest auf dem Platz stehen, du hast vielleicht selber Fußball geguckt. Und wie war das so grundsätzlich für dich oder hattest du direkt schon Ambitionen, dass du sagen wolltest, ey, ich will unbedingt Gas geben, ich will mich verbessern. Kannst du dich da noch erinnern oder war das noch gar nicht zu der Zeit so? Natürlich wollte man, also der Traum war natürlich als kleiner Junge schon, ich will irgendwann mal in einem großen Stadion spielen vor ganz vielen Leuten und im besten Fall damit mein Geld verdienen. Aber zu dem Zeitpunkt war das einfach nur Spaß zu haben mit meinen Freunden. Ich will, ich habe es einfach, ich habe es genossen, jede freie Sekunde irgendwie mit dem Ball was zu tun zu haben und einfach mit den Jungs am Fußballplatz zu stehen, den Spaß zu haben und natürlich war auch im Hinterkopf auch so, hey, damit kann man Geld verdienen, das kann dein Beruf werden. Deswegen hat man dann auch verschiedene Sommercamps gemacht oder sowas, um sich natürlich auch weiterzuentwickeln, aber das war noch so weit. Was waren das so? Also war das von diesen Bundesligisten-Sommercamps oder war das Berater? Genau, genau. Also zum Beispiel vom FC war ich öfters mal, also FC Köln war ich öfters mal bei Sommercamps oder auch FC Hennelf 05, das war auch da in der Region. Das war eine große Sportschule, oder? Genau, genau, genau. Da ist die Sportschule und die hatten eine relativ gute Jugendarbeit. Dort war man dann auch mal und hat sich schon probiert weiterzuentwickeln, aber es war alles noch so weit weg, dass es eigentlich eher um den Spaß mit den Freunden ging. Also wie war das zu der Zeit? Du bist ja jetzt Stürmer, hattest du immer schon eine Affinität dafür, Tore zu schießen oder hattest du in der Jugend noch ganz andere Positionen gespielt? Also ganz früher, da habe ich alles mal durchprobiert. Ich war immer am Tor eine Zeit lang und aber dann so, wo ich jugendlich war, also sag ich mal ab 13, 14 dann da war, klar, auf jeden Fall offensiv, egal ob Stürmer oder über außen, aber auf jeden Fall mit Tore schießen was zu tun haben und mit verteidigen eher weniger. Wie ist das grundsätzlich? Gehörtest du immer schon so eher zu den Größeren eigentlich dazu? Es ging. Ich bin relativ, also ich bin so mit 14 richtig stark gewachsen und ab 14 war ich dann schon relativ groß für mein Alter und das ging auch relativ schnell, wo meine Muskeln dann auch nicht so gut hinterhergekommen sind. Deswegen hatte ich auch in den Jahren ein paar Problemchen. Aber ja, ich war schon eigentlich immer so relativ mit der Größte. Das war ja dann auch zu einer Zeit, glaube ich, als du dann von Rheinbach zu Friesdorf, zu Blau-Weiß-Friesdorf in Bonn gewechselt bist. Gab es da auch schon irgendeine Intention, sag ich mal, hinter dem Wechsel oder war das auch noch einfach eher getrieben durch Freundschaften? Das war dann der erste Wechsel, wo es so ums Sportliche ging. Also die waren, das war zu dem Zeitpunkt damals, also die Leute, die aus Bonn aus der Ecke kommen, die wissen, dass das Blau-Weiß-Friesdorf da schon damals ganz gut guten Fußball gespielt hat. Und da hatten wir auch verschiedene Testspiele gegen den FC oder Bayer Leverkusen, die man immer auch auf Augenhöhe bestritten hat, sag ich mal. Und ja, das war also dann der erste Wechsel, wo es wirklich nicht mehr ums Sportliche, nicht mehr um Freundschaft ging, sondern dann ums Sportliche. Und klar sind auch ein paar Kollegen mitgekommen, aber jetzt nicht mehr so viel. Ich glaube, da waren es nur noch zwei, drei oder so aus der Jugendmannschaft dann davor. Und ja, da wurde dann auch schon öfters trainiert und alles. Da ging es dann schon los, aber trotzdem nicht zu vergleichen mit jetzt im NLZ. Erinnerst du dich noch so an die Spiele auch dann gegen die ganzen NLZs? Du hast jetzt Leverkusen angerissen, du bist ja auch, glaube ich, der gleiche Jahrgang wie Havertz. Sind solche Spieler dann schon präsent gewesen oder vergisst man das im Nachhinein schon wieder total? Also was für Stellenwert hatten diese Spiele für dich? Man hat sich, als Kind hat man sich natürlich gefreut. Man denkt sich, boah, jetzt gegen Bundesliges spielen, das ist natürlich was Besonderes. Aber jetzt so einzelne Spieler, dafür hat man zu selten, glaube ich, gegen die gespielt. Dass die so einem wirklich im Kopf bleiben. Und auch, ich sage mal, in dem Testspiel spielt ja jetzt, sage ich mal, der kleinere Verein eher mit voller Kapelle. Als der große Bundesligist, der kommt da eher, sage ich mal, mit den Kids, die dann vielleicht nicht so viel auch in dem Alter schon nicht so viel gespielt haben, um denen halt auch die Spielpraxis zu gönnen. Und deswegen weiß ich gar nicht, wer da mitgespielt hat und so wirklich im Kopf geblieben ist, ist da niemand. Kann ich total verstehen. Manchmal ist das ja auch dann so flüchtig und da sind so viele Leute im Kader. Da kann man sich gar nicht alles merken. Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt, was ich spannend in deiner Vita fand, weil es dann irgendwie auch so ein kleiner Ausreißer war. Du hattest dich ja am Anfang sozusagen, ich nenne es jetzt mal deiner Karriere oder deiner Anfangsjahre im Fußball, im Raum Bonn die ganze Zeit aufgehalten. Und dann hast du den Schritt von Friesdorf nach Leipzig gemacht. Wie kam das zustande? Und hatte Leipzig da schon den gleichen Stellenwert, wie es jetzt heute auch in der Jugendarbeit ist? Also gab es da schon die gesamte Akademie? Die Akademie gab es so noch nicht. Die wurde zu dem Zeitpunkt noch gebaut. Also als ich da hin bin, gab es noch Container, in denen man sich umgezogen hat. Aber es war trotzdem schon alles sehr futuristisch. Nicht von den Bedingungen der Kabinen vielleicht und sowas, aber von den Methoden, wie dort trainiert wurde und von den Plänen, was da alles gemacht wurde, neben dem klassischen Fußballspielen, sondern auch schon viel mit Krafttraining und Bergläufen und Tests, verschiedene und, und, und. Deswegen das war schon so, da konnte man schon auf jeden Fall ahnen, in was für eine Richtung das mal gehen wird. Und ja, der Schritt dahin kam. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt, hatte er seine Karriere als Sportler beendet und hat dann als Athletiktrainer bei den Profis in Leipzig angefangen. Ich meine, die waren damals noch in der vierten Liga, bevor sie dann den Durchmarsch nach oben in die erste Liga gemacht haben. Und ja, also mit Sicherheit ist da ein bisschen Vitamin B geflossen, um dort mal ein Probetraining zu machen, auch wenn man das vielleicht nicht so immer wahrhaben wollte. Erinnerst du dich noch an das Probetraining? Wie das war, so auch rein von der Qualität her? Ja, das war schon dann direkt was anderes als das, was ich davor von den vorherigen Vereinen gewohnt war. Da ging es schon anders her und auch dann mit Doppel-Einheiten, also morgens einmal und nachmittags einmal, obwohl man halt noch, sage ich mal, in dem Schulalter war. Das war dann schon was ganz anderes. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und ich glaube, wenn ich da jetzt komplett bodenlos gewesen wäre, dann hätten sie auch nicht gesagt, ja, ich kann da hin wechseln, sondern da muss schon irgendwas, muss da schon zumindest gestimmt haben. Was ich mich gefragt habe, wie das dann zustande kam, dass du auch noch mal Markranstedt gespielt hast im Jahre 2014, war das ja, glaube ich, so die Richtung. Das war ein Jahr später dann. Ich war ein Jahr bei RB komplett. Und Markranstedt war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht genau, ob es immer noch ist, ich glaube nicht, wie ein Partnerverein. Also wo quasi die Spiele abgegeben haben, die vielleicht Spielpraxis brauchen. Und genau, da bin ich da dann quasi, ich meine, das müsste dann schon U17 gewesen sein. Das erste Jahr von U17 bin ich dann, habe ich dann von Montags bis Freitags quasi bei RB trainiert und habe dann die Spiele in Markranstedt in der U19 gemacht. Was war das für eine Liga? War das Regionalliga? U19 war Regionalliga, genau. Und ja, das war für mich teils gut, weil ich natürlich die Spielpraxis gesammelt habe, aber trotzdem ist es halt schwer, dann anzukommen, weil ich glaube, wenn man in der Fußballwelt ist, dann weiß man ja gerade, wie jugendliche Fußballer sind. Da ist man natürlich nur cool, wenn man auch spielt und Tore macht und dann ist man der Coolste. Und wenn man nicht spielt, ist man vielleicht nicht so der Coolste. Und deswegen war es halt einfach blöd oder schwierig, wenn du halt mit einer Mannschaft trainierst, aber nicht mit denen spielst. Und dann zu den Spielen auch zu einer fremden Mannschaft eigentlich kommt, die die ganze Woche trainiert. Und dann kommt da jemand, der eigentlich nicht beim Training war, aber dann trotzdem spielen soll. Deswegen war das so ein bisschen schwer, da die Balance zu finden, wie man es dann vielleicht auch allen recht macht. Was hattest du da so grundsätzlich zu der Zeit für ein Standing in der Mannschaft? War das dann mehr so, okay, das ist so, ich nenne ihn jetzt mal die Plus Eins und der darf immer mal mittrainieren. War das für dich dann eher eine schwierige Zeit oder war das eher, dass du gesagt hast, ey, mega geil, ich habe hier unter der Woche immer ein gutes Niveau, wo ich mich verbessern kann. Wie hattest du das zu der Zeit so gesehen? Ja, für mich selber war es natürlich geil, dass ich das hohe Niveau des Trainings nutzen konnte, um da einfach mir selber zu arbeiten. Aber so trotzdem war halt so, du warst halt nicht wirklich Teil, also du warst halt schon so ein bisschen Außenstehender, sage ich mal. Also trotzdem habe ich mich auch mit den Jungs gut verstanden, so ist es nicht. Aber trotzdem hat man halt gemerkt, man ist jetzt nicht so richtig im Team drin, weil man halt, sage ich mal, die ganzen Fahrten zu den Spielen und die ganzen Erlebnisse, die fehlen einem halt, wenn man da halt nicht dabei ist und deswegen konntest du halt auch bei vielen Dingen einfach nicht mitreden. Vor allem, wenn sie dann wahrscheinlich irgendwelche Geschichten aus dem Reisebus oder sonst was erzählen. Genau, dann ist es natürlich schwer, da halt mitzureden und irgendwie darüber zu quatschen oder wie das Spiel war oder sowas. Und ja, in der Jugend ist ja allgemein auch, ist jetzt nicht immer so höflich, höflich, sage ich mal. Also da läuft schon auch mal eklig ab und deswegen war das nicht immer leicht, aber ich habe mir da auch so, ich wusste ja, okay, das mache ich, um an mir selber zu arbeiten und jetzt vielleicht nicht, um die Freundschaft fürs Leben zu finden. So klar, wenn Freundschaften entstehen, dann ist das super. Also das ist natürlich dann noch ein schöner Bonuspunkt, aber das war jetzt nicht die Hauptintention, warum ich da war. Wie hast du allgemein so, ich sage mal, neben dem Platz die Zeit erlebt? Das war ja für dich dann auch ein Wechsel, weil du ja dann gar nicht mehr in deiner Heimat, sage ich jetzt mal, da, wo du aufgewachsen bist im Kreise Bonn, sondern plötzlich in einer ganz anderen Ecke. So deine ganzen Schulfreunde waren ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr in der Nähe, wollen wir es mal so sagen. Wie, glaubst du, das hatte auch einen Einfluss auf deine Performance oder wie ging es dir mental dazu derzeit? Ja, mental ist das natürlich schwer. Also als 14-jähriger kleiner Junge, der man ja da noch ist in dem Alter, von seinem Zuhause weg, von seinem Safe Place, sage ich mal, weg und seinen Freunden, mit dem man groß geworden ist, weg rausgenommen zu werden und dann in einer komplett anderen Stadt bei seinem Papa ganz neue Erfahrungen sammeln. Das war schon nicht immer einfach, aber im Nachhinein sage ich, das hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Also ich glaube, das hat mich mit Sicherheit, auch weil mein Papa viel, schon zu dem Zeitpunkt viel Arbeiten war, schon erwachsen werden lassen, relativ früh und mit vielen Problemsituationen, sage ich mal, einfach besser klarkommen lassen, jetzt in meinem älteren Erwachsenwerden und ja, das war schon nicht immer leicht für mich, aber ich bin jetzt auch keiner, der auf den Mund gefallen ist und es schwer hat, sage ich mal, neue Leute kennenzulernen, aber trotzdem ist es halt was anderes, wenn du da jetzt, sage ich mal, mit 14, 15 jemand Neues kennenlernst, als mit den Jungs, mit denen du groß geworden bist. Hattest du das Gefühl, dass grundsätzlich sozusagen du aus der Zeit dann auch irgendwie so mental etwas Negatives mitgenommen hast, was dann auch ein bisschen diesen Reiz am Fußball vielleicht auch beeinflusst hat? Wollen wir später, glaube ich, nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, aber glaubst du, das hat auch so ein bisschen den Spaß am Fußball nicht kaputt gemacht, aber ich sage mal runtergezogen? Ja, also man hat halt gemerkt so, da hat man schon eigentlich gemerkt, dass auch Fußball ein sehr dreckiges Geschäft sein kann, dass vornherum alles cool ist, aber hintenrum dir eigentlich niemand was gönnt, so wenn du, sag ich mal, wenn du irgendwie, du hast einen Konkurrenten und hast ein gutes Spiel, in der Jugend war es oft dann so, man hat sich nicht für ihn gefreut, sondern man hat vielleicht vornherum gesagt, hey, gratuliere, und hintenrum aber, boah, scheiße, ich hätte gerne lieber das Spiel gemacht oder so. So und das hat man dann schon gemerkt oder ich habe es dann gemerkt, auch vielleicht wegen der Situation, dass ich halt nicht komplett into dem Team war, sondern halt die Spiele woanders gemacht habe, habe ich das dann schon realisiert und dahinter fragt man sich dann schon so, boah, ist das alles wert und darauf verzichte ich jetzt auf die Zeit mit meinen Freunden, in der Schule vielleicht, läuft auch nicht mehr alles so gut, weil man sich halt eben auch viel auf den Fußball konzentriert, so, da fragt man sich schon, ist das alles wert jetzt? Man legt es dann schon irgendwie so auf eine Waage, man guckt so, okay, was würde ich kriegen, wenn ich dir jetzt mal hier ein Schlussrecht ziehe. Genau. Du hast dich aber dann nicht für ein Schlussrecht entschieden, sondern, dann war ja die nächste Station 1860, oder? Genau, richtig. Was war das? War das noch B-Jugend oder war das dann schon A? U17 letztes Jahr, also letztes Jahr der U17. Das war B-Bundesliga? Genau, genau, richtig. Wie kam das zustande? Also jetzt mal, sowieso jetzt schon wild, wir machen sozusagen Groundhopping von Bonn nach Leipzig und dann nach München. Wie kam da der Kontakt zustande? Boah, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich wusste schon, dass ich auf jeden Fall in Leipzig gesagt habe, dann auch schon zu meinem Vater, so geht das nicht weiter. Also ich möchte nicht irgendwo trainieren und irgendwo spielen. Wenn das nächste Jahr so weitergehen sollte, dann glaube ich, gehe ich wieder zurück nach Bonn in die Heimat und also das Gespräch hatte ich schon geführt. Das war so, das kann ich mir nicht, ich glaube ich, ich bin sehr gut dran erinnern, weil das so ein Panikgespräch für mich war und dann kam aber aus dem Nichts quasi ein Anruf, also hat mein Papa einen Anruf bekommen, das 1860 halt interessiert ist und sie gerne mal mit mir sprechen würden und dann habe ich auch persönlich mit denen telefoniert und dann sind wir, sind wir auch da hingefahren nach München und haben uns das alles angeguckt und ja, dann habe ich mir quasi, sag ich mal gesagt, den Ruck gegeben und habe gesagt, nee, komm, das mache ich jetzt, da fühle ich mich, denke ich mal wohl und habe ich Lust drauf. Wie war da deine, die Grundausgangslage, sage ich mal, also du bist ja zu der Zeit noch zur Schule gegangen, Genau. Das heißt, nochmal wieder neuer Schulwechsel, hast du da dann alleine gelebt, war das ein Internat, also wie sah sozusagen alles neben dem Platz aus? Ja, mit der Schule ist jetzt auch ein bisschen wild gewesen, weil ich relativ, also ich wurde mit fünf eingeschult, deswegen habe ich dann schon in Leipzig mit 15 meinen Realschulabschluss gemacht und habe dann, danach das Jahr in Leipzig noch ein Fachabitur angefangen und dann wurde aber, war irgendwann klar, okay, ich gehe nach München und dort in Bayern sind sie etwas speziell mit der Schule und haben gesagt, nee, wir akzeptieren, selbst wenn du das Jahr jetzt zu Ende machst Fachabitur, wir akzeptieren das nicht in München, also in Bayern und du müsstest nochmal von vorne anfangen. Deswegen habe ich dann auch nach einem Dreivierteljahr in Leipzig das Fachabitur aufgehört und den Umzug schon quasi vorbereitet und bin dann nach München ins Internat von 1860 gezogen und habe da dann nochmal die 11. Klasse Fachabitur nochmal neu angefangen. Genau. Wie kann man sich das vorstellen, das Internat? ist es professionell oder eher, sag ich mal, solide? Wie viele Jungs waren noch so da? Was würdest du sagen? Es ist ein sehr kleines Internat, also ich glaube, es waren 15 circa, es waren circa 15, 15 Jungs dort, direkt über der, über der Geschäftsstelle und dem Fanshop, also direkt auf dem Trainingsgrundstück. War ganz, also es war ganz lustig, weil wenn du nichts zu tun hast, bist mit irgendeinem Jungen aus dem Internat halt rausgegangen, ein bisschen kicken oder hat es halt, also das war schon cool, weil du halt immer jemanden da hattest, der quasi auch genauso alleine dort ist wie du. Deswegen war das schon, war das schon ganz cool. Du hast dann das Jahr in der B-Bundes gespielt. Das war so, dann erstmal für den Moment natürlich echt nochmal wieder ein krasser Sprung. Du hast ja vorher dann in der Regionalliga gespielt. Wie hast du dich dann, sag ich mal, nach dieser Leipzig-Zeit in München gefühlt? Hattest du das Gefühl, ey, ich komme hier an, ich fühle mich hier wohl, ich bin in meinem Safe Space oder ich habe genau Bock, diesen Weg weiter zu gehen? Wie war dann so die Ausgangslage auch über die Saison hinweg in München selber? Ja, also erstmal hat man sich natürlich gefreut, so jetzt wieder oder Bundesliga, Jugendbundesliga zu spielen. Das war ja für mich dann das erste Mal, Jugendbundesliga. Da hat man sich natürlich, natürlich gefreut und dann ging die Saison los und am Anfang war alles cool, auch wenn man mal nur eingewechselt wurde. Aber irgendwann ist halt diese Anfangseuphorie weg und man will natürlich den Leuten auch zeigen, so hey, ich will mehr spielen oder ich will von Anfang an spielen, ich will Stammspieler werden und mich für die Zukunft beweisen. Und wenn das halt nicht kommt, dann, also so war es zumindest bei mir, dann habe ich halt, ich war da so ein kleiner Hitzkopf und beratungsresistent und wollte das halt nicht akzeptieren damals, wenn mir irgendwas Negatives gesagt wurde oder sowas. Damit hatte ich damals ein bisschen Probleme und ja, deswegen habe ich dann halt irgendwann so ein bisschen den Spaß verloren oder nicht mal den Spaß so direkt, sondern einfach so den Glaube an mich selber habe ich auch so ein bisschen verloren. Was meinst du mit Glaube grundsätzlich? Also Glaube, dass du vielleicht auch nochmal die nächsten Schritte machen kannst? Genau, genau. Also ich habe mir halt dann so gedacht, okay, wenn es jetzt schon in der U17-Bundesliga nicht reicht, wie soll das weitergehen? Und ich habe mich da so ein bisschen selber verrückt gemacht und sehr viel nachgedacht. Und dazu kommt natürlich dann auch, dass das gerade so das Alter ist, wo vielleicht die Freunde aus deiner Heimat so gerade erwachsen werden, so in Richtung Führerschein und mal weggehen hier, mal weggehen da. Und ja, das war einfach zu den Zeiten, da war ich, wo ich dann einfach von der Gesamtsituation relativ traurig war und es halt einfach nicht so lief, wie man sich es vorgestellt hat vielleicht. Und ja, Was würdest du sagen, weil ich, du hast es gerade eben so charmant umschrieben, sag ich mal, Hitzkopf. Ja. Hast du irgendwie sowas im Kopf, wo du so sagst, genau das spiegelt meine Person, als ich bei 1860 war, irgendwie so wieder? Oder sagst du, das ist alles schon wieder so ein bisschen unter der Gürtellinie oder war da irgendwas Schlimmes? Nee, schlimm nicht. Also schlimm nie. Immer respektvoll geblieben trotzdem, aber ich sag mal, wenn jetzt mir gesagt wurde, ich muss an dem und dem arbeiten, dann habe ich das nicht als, sag ich mal, als Motivation genommen, um daran zu arbeiten, sondern eher, ich habe dann nur das Negative daran gesehen, der will mir wieder was Schlechtes und das habe ich halt damals nicht verstanden, dass es nicht darum geht, einem nur das Schlechte zu zeigen, sondern einfach einen quasi zu motivieren, daran zu arbeiten und das war mir halt zu dem Zeitpunkt leider nicht bewusst und deswegen habe ich das Negative dann quasi gesammelt in mir und mich an dem Negativen halt so ein bisschen runterziehen lassen. Dadurch warst du natürlich auch so ein bisschen demotiviert, wenn du da jetzt nochmal so auch ein bisschen Revue passieren lässt und schaust, okay, wie war ich denn wirklich dort? Also was denkst du, woran hat es gelegen, dass du dort dich dann nicht durchsetzen konntest, wenn du dich jetzt einfach mal selber so bewerten würdest? Ich glaube, mir haben einfach dort die Basics gefehlt, die anderen Spieler vielleicht in den NLZs davor durchlebt haben, sage ich mal, wenn man schon ab der U12 oder so in einem NLZ ist, dann hat man die ganzen Basics wie erster Kontakt, Ballan- und Mitnahme, Dribbling, Jonglieren, sowas, das hast du halt einfach sage ich mal mehr drin, als wenn du, sage ich mal, noch in einem Dorf eingespielt hast, wo du zweimal die Woche einfach just for fun hingegangen bist und ich glaube, das hat mir gefehlt, um dort wirklich mithalten zu können und dadurch, dass ich halt dann nur das Negative gesehen habe, habe ich halt nicht die Motivation für mich entdeckt, um genau an den Dingen zu arbeiten, was ich jetzt im Nachhinein, hätte ich da schon angefangen an den ganzen Sachen, die ich verpasst habe, dadurch, dass ich halt so spät in den NLZ gekommen bin, hätte ich da schon dann da früher angefangen zu arbeiten, glaube ich, wäre das für mich und meine Person ein guter Schritt gewesen, um vielleicht dann doch weiterhin erfolgreich dort gewesen zu sein. Du hast es vorhin auch schon angerissen, das ganze Thema, man kommt dann in so ein Alter, wo dann andere Sachen auch mal interessant werden und man hat dann mehrere Jahre, sage ich mal, auch wirklich für den Fußball aufgeopfert, das ist ja in den meisten, ich sage mal, Lebensläufen von den Fußballprofis, du opferst sehr, sehr viele wertvolle Jahre auf und dann war es ja bei 1860 so, dass du die Entscheidung getroffen hast, hier geht für mich der Weg erstmal nicht mehr weiter. Wie sah dieser Entscheidungsprozess aus und wie war dann sozusagen die Zeit nach 1860, vielleicht kannst du uns da auch so ein bisschen mitnehmen. Ja, das war dann nach dem Jahr U17 Bundesliga, da habe ich für mich gesagt, nee, das ist es nicht, auch weil Schule lief nebenbei in München auch nicht, also dort habe ich dann nämlich ein soziales Fachabitur angefangen und da habe ich einfach gemerkt, das ist überhaupt nichts für mich und dann war es halt sportlich auch nicht, nicht gerade positiv in München und deswegen habe ich dann nach dem Jahr gesagt, ey, ich höre auf, ich mache jetzt erst mal, ich gehe zurück in die Heimat zu meinen Freunden, dort hin, wo ich mich, wo ich mich zumindest menschlich wohlfühle, wo ich die Leute um mich herum kenne und mache meine Schule, mache mein Fachabitur jetzt mal einfach komplett zu Ende, damit ich da auch kein Hin und Her habe, weil man natürlich auch der Familie so ein bisschen Rechenschaft schuldig ist, die natürlich supporten die einen, wenn es um Sportliche geht, da wurde ich immer supported von meinen Eltern und von meinem näheren Umfeld, aber trotzdem willst du halt auch dann, wenn die Frage kommt, ja, warum hast du deine Schule nicht gemacht oder warum machst du deine Schule nicht, willst du quasi auch denen irgendwie keinen negativen Grund geben, dass sie jetzt was gegen mich sagen können oder ich wollte halt nie, dass meine Mama oder mein Papa irgendwo hingeht und ja, ihr habt, dein Sohn hat nur Schule gemacht, dein Sohn hat nur Sport gemacht, was ist denn mit Schule? Da wollte ich nie so denen irgendwie so ein schlechtes Gefühl geben, dass sie sich jetzt da schämen müssen oder so und deswegen habe ich dann gesagt, nee, ich gehe jetzt in die Heimat und mache mein Fachabitur erstmal und so habe ich es dann gemacht und dann Was ja grundsätzlich ein total oder was bei dir dann im Lebenslauf auch irgendwie total untypisch ist, sind ja dann deine nächsten Schritte. Du hast dann, ich sage mal, ich nenne das jetzt auch nochmal mit rein, die Leipzig-Zeit war schon mal mental nicht einfach, dann mit 1860, dann hat sich da vielleicht auch so ein bisschen was aufgestaut, was dann mental in Verbindung mit Fußball war und dann hast du es erstmal komplett gecuttet, oder? Genau, also dann habe ich gesagt, nee, ich cutte es komplett, ich gehe in die Heimat, bin dann zu, weil zu der Zeitpunkt ist meine Mama in die Nähe von Düsseldorf gezogen, deswegen hatte ich da dann nur noch meine Großeltern von der väterlichen Seite und bin dann bei denen eingezogen, weil mir war es wichtig, dass ich auch die Zeit nah bei der Familie jetzt bin, aber auch bei meinen Freunden, weil ich halt viel Zeit auch mit denen verpasst habe, bin dann dort eingezogen, habe mein Fachabitur angefangen und habe erstmal ein Jahr keinen Fußball gemacht, so gar nicht, ich bin ab und zu mal ein paar Spiele von Freunden gucken gegangen und ein bisschen gekickt hier und da, aber sonst wirklich nur die Zeit mit Familie, Freunde und Schule verbracht. Grundsätzlich, was auch glaube ich häufig zu beobachten ist und auch jetzt gar nicht nur im Fußball, aber bei den ganzen Kindern, Jugendlichen, die sehr, sehr früh in diese gesamte Leistungsschiene reinkommen und hinten raus dann auch irgendwie so eine Art Sportburnout kriegen, so dieses, man hat genug davon. Natürlich guckt man dann mal was, man hat mal Bock nochmal auf Kicken, aber dieses jeden Tag an sich arbeiten, sich noch zu verbessern, das hat man dann schon so viele Jahre, sage ich mal, durchgekaut. Wie hast du dann sozusagen auch die Zeit für dich genutzt und wann kam der Punkt, dass du gesagt hast, boah, jetzt hätte ich echt nochmal Bock, so ein bisschen zu kicken? Ja, also erstmal habe ich, wie man die Zeit hat, so als frisch, frisch 17, fast 18-Jähriger nutzt, also alle meine Freunde waren halt, dadurch, dass ich so früh eingeschult wurde, schon älter und hatten alle einen Führerschein, dann ist man halt hier und da rumgefahren, einfach Zeit mit ihnen verbracht, ist vielleicht auch hier und da mal auf die eine oder andere Party gegangen und ja, was man halt so als Jugendlicher macht und dazu habe ich aber auch natürlich probiert, viel Zeit mit der Familie zu verbringen, weil die Zeit wurde einem natürlich auch, sage ich mal, so ein bisschen gestohlen in den Jahren, wo man sich nur auf Fußball fokussiert hat und deswegen war das, habe ich die Zeit echt genossen und war auch wirklich schön, aber irgendwann kam halt der Punkt, wo ich mir gedacht habe, aber das kann es auch nicht sein und in der Ausbildung oder so sehe ich mich jetzt eigentlich auch nicht so richtig oder in dem Studium und habe dann irgendwann nach einem Jahr habe ich gesagt, ja komm, mit den Kollegen jetzt hier mal wenigstens ein bisschen kicken, damit ich wenigstens wieder ein bisschen fitter werde und ja, habe dann bei meinen Kollegen dann nach einem Jahr in der Kreisliga angefangen, bei Rot-Weiß-Mehl ein bisschen zu kicken, aber das war wirklich, also da kann man nicht vom Fußball reden, sondern das war wirklich nur kicken. Da gab es auch kein Konzept im Training, kein gar nichts. Nein, da warst du froh, wenn du elf Mann im Training warst und da mal ein ordentliches Training machen konntest, aber manchmal wurde sich auch einfach nur getroffen und dann wurde da im Verein ein bisschen zusammengesessen und dort die Zeit verbracht. Dann, als du da in der Kreisliga gespielt hast, kann ja jetzt auch nicht jeder irgendwie behaupten, von der Kreisliga mal eben in die zweite Bundesliga, vielleicht auch hoffentlich irgendwann nochmal höher hinaus, wie ging das dann weiter? Du hast das Fachabi fertig gemacht. Wir hatten ja im Vorgespräch einmal kurz gesprochen, du wolltest dann ja ursprünglich auch Polizist werden, oder? Genau, also ich hatte mein Fachabitur fertig und hatte mich dann schon vorbereitet, also man fängt ja mit, man weiß ja schon ein bisschen, bevor die Schule zu Ende ist, ob man es schafft oder eher nicht und ich konnte da zum Glück ein bisschen beruhigt sein und habe mich dann schon umgeguckt und geschaut, was ich denn machen könnte und da war das einzig wirklich Interessante für mich halt eigentlich die Polizei, weil man da noch ein bisschen, sag ich mal, aktiv ist und nicht nur im Bürositz, sag ich mal, das klingt so gemein, aber das ist halt einfach nichts für mich, also da sehe ich mich halt oder habe ich mich in dem Zeitpunkt einfach nicht so gesehen und ja, so kam es dazu, dass ich da halt die Bewerbung alles so weit vorbereitet habe, dass ich, sobald ich mein Fachabitur dann komplett abgeschlossen hatte, dort alles rausschicken kann und mich dort bewerben kann. Aber die offizielle Bewerbung hast du dann nicht mehr fertig gemacht? Ich habe sie fertig gemacht, aber dann nicht abgeschickt. Genau, also ich hatte sie fertig gemacht und alles lag schon parat und dann aber nicht abgeschickt. Lag das denn daran, dass du deine Pläne gewechselt hast oder wie kam das sozusagen? Genau, es kam dann, ich habe dann schon beim Kicken gemerkt, boah, der Fußball fehlt mir schon und ich hatte schon wieder Lust auf ein bisschen professioneller Fußball und da kam mir der Gedanken mit einem Stipendium in der USA und dann habe ich mich halt auch dafür so ein bisschen schlau gemacht und habe da wen kennengelernt, der das alles organisiert und habe mich mit denen ein paar Mal getroffen und dann war das so eher der Plan für mich, dass ich das dann nach der Schule mache, dass ich mein Stipendium in der USA mache und daneben halt noch Fußball auf einem guten Niveau spielen kann und vielleicht so den Sprung wieder irgendwann ins professionelle Fußballgeschäft schaffen kann. Wie weit war so der Prozess von dem ganzen Stipendium, ich sage mal, Ausfallverfahren? Hattest du schon eine feste Uni, sage ich jetzt mal, im Ausfallverfahren? Nee, das hatte ich nicht. Ich hatte, ich war gar nicht so weit, also ich hatte mir alle Informationen geholt und alles quasi, was ich organisieren konnte dafür, da, das hatte ich schon gemacht, also da braucht man ja verschiedene Englisch-Tests und sowas, da habe ich mich schon für vorbereitet, aber den Test auch noch nicht gemacht, meine ich. Nee, den Test habe ich nicht gemacht, weil dann ich zum Glück, jetzt im Nachhinein zum Glück, wer weiß, wie es anders gewesen wäre, dafür entschieden habe, doch hier in Deutschland zu bleiben. Da vielleicht auch, lass uns da gleich nochmal ein bisschen weiter eingehen. Mich würde jetzt noch einmal abschließend zu der Polizeigeschichte eine Sache interessieren. Wenn du jetzt wirklich deine Karriere jetzt noch weitermachst und hoffentlich hast du noch einige Jahre, die du spielen kannst, wäre das nochmal ein Thema, was interessant sein könnte, in Richtung Polizei zu gehen oder sagst du, es gibt tausend andere Sachen, die dich jetzt heute vielleicht sogar mehr interessieren? Jetzt im Nachhinein sage ich, es gibt definitiv tausend andere Sachen, die mich mehr interessieren würden und ja, also da sehe ich mich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr. Jetzt auch nach der Karriere würde ich mich nicht im Streifenwagen oder irgendwie so sehen. Nicht in Uniform, kennst du ja, Präsentationsanzug ist ja fast das gleiche. Ja, das stimmt, das stimmt, aber nee, da sehe ich mich nicht mehr in Uniform. Du hattest eben schon angerissen, Gott sei Dank bist du dann in Deutschland geblieben. Du warst ja dann, wenn ich das richtig gesehen habe, warst du ja noch kurz in der Vorbereitung sogar beim VfB in der U23, oder? Ich weiß gar nicht, wie war das, hast du dich da fit gehalten? Ja, ich wollte dann halt für die Trials, du brauchst ja so Trials oder so Videos von dir für die Unis in der USA und dann gibt es halt auch so Tage, wo so Trials sind, wo man so vorspielen kann, quasi wie ein Probetraining quasi für die ganzen Universitäten und dafür wollte ich mich fit halten und da hat sich die Möglichkeit gegeben, dass ich beim VfB Stuttgart in der U23 mittrainieren durfte und das habe ich dann auch gemacht und dann hieß es dort dann, hey, das passt eigentlich alles, das gefällt uns, was wir sehen, flieg doch oder fahr doch mit ins Trainingslager zur neuen Saison. Weil da ist dann ein neues Team, neuer Trainer und so, die müssen sich dann auch erstmal einen Eindruck machen. Aber du hattest dann gar keinen Vertrag, kein gar nichts, sondern du warst so im freien Raum, sag ich jetzt mal. Genau, ich war komplett wie quasi auch ein Probespieler. Dann also zu dem, erst als ich da hingegangen, war nur fit halten. Es war auch nur noch, es war die letzte Woche der Saison, also es ging auch um nichts mehr, so wirklich. Und dann wurde ich halt zum Trainingslager eingeladen und dort war ich halt wieder quasi ein Probespieler. Wie hast du so die Zeit dann da empfunden? Weil ich sag mal, VfB, die zweite Mannschaft war ja auch eine Zeit lang sehr, sehr erfolgreich, glaube ich, sogar in der dritten Liga. Wie war das so vom Niveau und hattest du dann das Gefühl, boah, hier kann ich schon mithalten? Oder dachtest du so, ich glaube, ich muss erstmal einen Schritt noch zurückgehen, um dann vielleicht mal wieder zwei Schritte vorzumachen? Also ich habe schon gemerkt, dass natürlich wieder, wieder jetzt ein ganz gewaltiger Sprung nach vorne ist. Von der Kreisliga, ne? Genau, von der Kreisliga. Aber trotzdem habe ich mich nie so gefühlt, als wäre ich hier komplett fehl am Platz. Klar habe ich hier und da gemerkt, okay, die haben definitiv ein anderes Fitnesslevel als ich, aber da war mir klar, okay, daran kann ich, kann ich selber noch neben dem Training arbeiten. Und sonst, hatte ich aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie noch einen Schritt zurück machen musste oder sowas und habe schon gesehen, dass ich da hätte mitspielen können. Wie kam das dann? Also hatten die dir auch irgendetwas angeboten? Weil du bist ja dann nicht beim VfB geblieben, sondern du hast ja dann bei Wattenscheid 09 bis in die Saison gestartet. Genau. Hatte Stuttgart sozusagen gar kein Interesse an dir? Oder? Doch, die hatten Interesse, aber das hat sich mir persönlich zu lange hinausgezögert. Und dann hieß es erst nach der Trainingslage, ja, das passt uns alles, aber wir müssen noch Spiele abgeben und ein bisschen neue verpflichten können und hier und da und da. Und dann wollte ich aber weiter halt mich fit halten und habe dann die Möglichkeit bekommen, mich in Wattenscheid auch noch zu trainieren, weil Wattenscheid war nicht so weit weg von Düsseldorf und von meinen Freunden, sage ich mal, von Bonn. Und deswegen hat sich das für mich auch gut angehört und dann habe ich da halt mittrainiert und habe mich dort auch mit dem Trainer sehr gut verstanden und deswegen habe ich dann auch Stuttgart relativ schnell abgehackt, also habe dann gar nicht mehr weiter nachgefragt oder sonst irgendwas, sondern habe dann relativ schnell gesagt, nee, Wattenscheid, das ist es, da habe ich Bock drauf und das mache ich. Du hast ja dann auf dem Papier ein Jahr bei Wattenscheid gespielt, das war Regionalliga West, oder? Genau, richtig, Region West. Wie waren dann da deine Ambitionen, weil ich sage mal, du kamst ja dann aus einer Zeit, wo du eigentlich gedacht hast, ey, Fußball, vor allem bei 1860 hattest du das ja vorhin noch so schön gesagt, ey, wenn ich jetzt hier in der B-Bundes, sage ich mal, nicht den Durchbruch schaffe, wie soll ich es dann irgendwann mal zu den Profis schaffen? Wie war dann zu der Zeit dein Mindset vom Grundgedanken? Dachtest du so, ey, wenn ich jetzt hier Vollgas gebe, vielleicht kann ich dann nochmal den Sprung nach oben schaffen? Ja, also für mich war schon bewusst, okay, Regionalliga ist jetzt nicht mehr so weit weg vom Profibereich, auch wenn das trotzdem noch ein gutes Stückchen ist, aber mir war, erst mal hatte ich überhaupt keinen Druck, weil ich konnte nur gewinnen, ich komme aus der Kreisliga, jetzt spiele ich Regionalliga oder bin zumindest im Kader, also da am Anfang konnte ich nur gewinnen und war einfach happy, dass ich da bin und da sein konnte und hatte immer noch für das, ja, falls es nicht klappt, hatte ich immer noch, okay, dann gehe ich das Jahr danach nach Amerika. Also das war immer noch so in meinem Hinterkopf, dass selbst wenn es in der Regionalliga jetzt nicht klappt, dann gehe ich nach Amerika. Also das habe ich mir auch ganz klar gesagt, wenn ich in diesem Jahr, nach diesem Jahr keine Angebote habe, um vielleicht irgendwo ambitionierter zu spielen oder gar kein Angebot, dann mache ich Amerika, weil dann mache ich mein Studium dort und kann trotzdem noch nebenbei auf einem guten Niveau Fußball spielen. Und ja, also dann hat sich das Jahr so entwickelt, dass ich dann nicht Stürmer Nummer eins war, aber Stürmer Nummer zwei und das war für mich schon so, okay, ich komme aus der Kreisleger jetzt Stürmer Nummer zwei zu sein als in meinem ersten Herrenjahr. Das war für mich schon eher ein Erfolg, sage ich mal und hat dann zum Glück auch Interesse geweckt von Düsseldorf, der zweiten Mannschaft von Düsseldorf, wo ich mir dann gesagt habe, okay, das ist was, wo ich vielleicht wirklich irgendwann mal im Profibereich enden könnte. Hast du irgendwie das auch gemerkt, dass man so ein bisschen die ganzen Altlasten, vor allem mental gesehen, aus der Vergangenheit so ein bisschen abwerfen konnte und man auch ein gereifter oder eher gestandener Fußballer war, das heißt, du hast dich auch von so Kleinigkeiten gar nicht mehr runterziehen lassen, dass du deswegen dann auch den Sprung machen konntest, also dass du das Gefühl hattest, du bist wirklich jetzt ein ganz anderer Tiger. Weißt du, was ich meine? Ja, schon, also ich habe natürlich gemerkt, dass ich mich persönlich halt komplett verändert habe zu dem, was ich damals in der Jugend war und einfach, wie du gesagt hast, reifer war und über die Sachen viel, sag ich mal, mit einem viel besseren Blick auf das alles mir das durch den Kopf gehen lassen konnte und nicht irgendwie aus irgendwelchen Emotionen oder so gehandelt habe und deswegen hat mich das, glaube ich, schon mental sehr gestärkt und das hat mir einfach geholfen, dann an mir selber auch als Spieler zu arbeiten und mich dann halt auch weiterzuentwickeln. Wie kam das dann, du hattest jetzt eben gerade das Interesse von der Fortuna schon angerissen, das Jahr bei Wattenscheid war vorbei, hattest du mehrere Angebote oder war das so, dass du gesagt hast, okay, Fortuna läuft dir an, das ist eigentlich genau der perfekte nächste Schritt, auch mit der Perspektive, dass sie noch eine Profimannschaft haben, wie war da die Situation nach der Saison? Das war sogar im Winter schon, also vor dem Winter stand es eigentlich schon fest für mich, also die Düsseldorf hatte Interesse schon vor der Winterpause und... Aber was mich interessieren würde, wie kommt das? Also weil du meintest, du warst Stürmer Nummer 2, konntest du dich schon so, sag ich mal, beweisen, auch was vielleicht Statistiken angeht, dass sie direkt auf dich aufmerksam geworden sind? Ich glaube, ich hatte in der HIN-Serie bei Wattenscheid zwei Spiele von Anfang an und habe in den zwei Spielen halt drei Tore gemacht, denn ich glaube, die zwei Spiele waren so entscheidend für Düsseldorf, glaube ich, dann. Und sonst hatte ich aber halt viele Einwechslungen auch, also ich bin fast, muss ich sagen, fast jedes Spiel reingekommen in Wattenscheid und dann gegen Dortmund 2 und gegen Viktoria Köln, die, glaube ich, sogar auch in dem Jahr aufgestiegen sind, habe ich dann meine Tore gemacht und dann gab es halt ein relativ frühes Gespräch mit Düsseldorf schon und da war für mich klar, dass ich das eher machen würde, als jetzt zu einem gestandenen Regionalligisten zu gehen, einfach nur aus dem Grund, weil halt eben Profimannschaft ist drüber, dort sind andere junge, junge Spieler noch, die auch, wo vielleicht mehr an den, an den Schwächen gearbeitet wird noch, anstatt als wenn du jetzt zu einem gestandenen Regionalligisten gehst, wo es halt auch darum geht, zu performen und nicht darum, quasi vielleicht den einen oder anderen Spieler individuell besser zu machen. Du bist dann zu Düsseldorf gewechselt in die U23 und du hast dann das erste halbe Jahr dort gespielt und dann war Corona, finde ich das jetzt richtig. Genau, also das war, die Saison ging los und wurde dann, ich glaube, im Winter abgebrochen wegen dem ersten Corona-Lockdown. Wie war das für dich? Die Anfangszeit bei Düsseldorf war wahrscheinlich wieder das Niveau, auch aufgrund den ganzen, ich sag mal, jungen Talenten, die dann auch aus dem NLZ hochkommen, aus der U19, ein bisschen höher. Wie konntest du so die Zeit für dich nutzen in der U23? Vor allem auch dann, als Corona ausgebrochen war, war es ja so, dass man gar nicht so große Mannschaftstrainings machen konnte. Genau, also es hat angefangen in Düsseldorf, gute Vorbereitung gespielt und als Stürmer Nummer 1 dann in die Saison gegangen und dann aber, muss man einfach ganz klar sagen, meine Chancen nicht genutzt, also in den Spielen, die ich bekommen habe und dann wieder quasi auf die Bank zurückgerückt und dann kam für mich zum Glück der Lockdown, wo es dann hieß, okay, erstmal nur individuell Training und dann irgendwann in ganz kleinen Gruppen. Können ja nicht alle behaupten, zum Glück Lockdown. Das stimmt, also zum, für mich sportlich betrachtet war es, muss ich wirklich sagen, zum Glück, weil dadurch, dass wir nur in kleinen Gruppen trainieren durften und ich wirklich ein gutes Trainerteam dort in der Düsseldorf in der U23 hatte, die dann wirklich mit mir in dieser Zeit wirklich nur an meinen Schwächen gearbeitet haben und das waren halt zum großen Teil jetzt die ganzen Basics, die ich halt aufgrund Kreisliga nicht im NLZ gewesen oder erst später im NLZ gewesen, die ich einfach, wo ich Nachholbedarf hatte und da wurde halt wirklich nur daran gearbeitet, erster Kontakt, Ball, Mitnahme, schwacher Fuß, Jonglieren und, 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 also so ganz viele, ganz viele Kleinigkeiten und danach dann, da war so der Moment, wo es bei mir angefangen hat, sportlich nach oben zu gehen. Das hat mir sehr gut getan. Wann ging die Saison weiter sozusagen? Also du hattest ja gesagt, Corona, dann bis zum Sommer und dann ging es wieder weiter? Genau, also die wurde komplett abgebrochen, die Saison. Die wurde komplett abgebrochen und dann war bis zum Sommer quasi, quasi nichts und dann ging die neue Saison los. Du wurdest dann, wenn ich das jetzt in deiner Vita richtig gesehen habe, dann hast du wieder ein halbes Jahr gespielt in der U23, dort auch von den Statistiken sehr, sehr erfolgreich gewesen, im Kontrast jetzt eigentlich mal zu deinem ersten halben Jahr bei der Fortuna und dann hast du plötzlich bei den Profis mitgespielt. Wie war das plötzlich? Also, dass du einerseits Stürmer Nummer 1 warst, plötzlich hat es auch gefunkt, plötzlich sind die Tore gefallen und plötzlich wurdest du dann noch belohnt und wurdest hochgezogen. Wie hast du diese Zeit dann für dich empfunden? Ja, das war sehr schön quasi, also auch wenn du mit der Mannschaft Erfolg hast, weil wir hatten auch ein sehr erfolgreiches Jahr oder halbes Jahr mit der Mannschaft, nicht nur ich persönlich, sondern auch mit der Mannschaft, deswegen hat das das ganze halbe Jahr da einfach unfassbar viel Spaß gemacht und man hat einfach gemerkt, dass man für die Arbeit, die man investiert hat, nach und nach belohnt wird und als ich dann kurz nach dem Winter natürlich erst bei den Profis nur mittrainiert habe, fest und dann irgendwann mit zum ersten Spiel fahren durfte, das war für mich schon sehr besonders und da bin ich auch Düsseldorf nach wie vor dankbar für, dass ich die Erfahrung da sammeln durfte und die ersten Schritte, sage ich mal, im Profibereich dort gehen konnte, das werde ich auch nicht vergessen und das ist natürlich für einen selber sehr besonders, weil man ja eigentlich schon quasi mit dem ganzen Thema abgehakt hat und an den Nagel gegangen hat, das war dann schon sehr besonders und es hat mich einfach auch für alle, für meine Eltern sehr besonders gefreut, dass so, die wurden oft bestimmt belächelt, so, warum schickst du deinen Sohn dahin, warum dahin, das kannst du dann nicht machen mit so einem jungen Wesen, hat es mich einfach gefreut, dass sich das alles großgezahlt hat und die doch recht behalten, recht haben, wie heißt das? Recht behalten konnten, sozusagen. Dankeschön, Dankeschön, genau das. Nee, aber total, verstehe ich, weil da ist, ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland so ist, aber es wird natürlich auch von außen immer viel gejudged, was Erziehung angeht, vielleicht auch, wie man Entscheidungen trifft und das jetzt am Ende vielleicht sogar die ganzen, jetzt sind Snyder, früher sind es dann Leute gewesen, die es vielleicht besser gewusst hätten oder dachten, sie wüssten es besser, ist natürlich nochmal ein befriedigerndes Gefühl und du hast dich selber dann nochmal, ich sag mal, Prove him wrong in dem Tiger, der in der U17 dachte, ach, ich hänge jetzt die Schuhe an den Nagel, ich lasse es einfach und plötzlich dann bist du bei der Fortuna im Profikader, ist natürlich wirklich ein beeindruckender Step. Was mich jetzt interessieren würde, hast du dann direkt, als du hochgezogen wurdest, schon den Profi-Vertrag unterschrieben oder hattest du dann noch auf deinem ursprünglichen U23-Vertrag gespielt? Das halbe Jahr, wo ich dann nur oben beim Profis trainiert habe und zum Ende der Saison dann immer häufiger im Kader war, da hatte ich noch meinen U23-Vertrag und dann im Sommer quasi zur neuen Saison, dort habe ich dann meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Das war wahrscheinlich wirklich so der Moment, wo du dachtest, boah, I made it. Ja, es ist schon so, I made it, aber auch im gleichen Moment so, okay, ich habe es jetzt das erste Ziel geschafft, jetzt geht es daran zu beweisen, dass, also mit einem Profi-Vertrag, wenn wir mal ehrlich sind, du hast nur mit einem Profi-Vertrag nichts erreicht. Absolut. Klar, du bist irgendwo drin, aber du hast noch nichts wirklich sportlich erreicht und dann war halt für mich, okay, jetzt habe ich den ersten, den ersten Schritt geschafft, jetzt geht es daran, sich zu etablieren. Genau, zu etablieren und festzupressen. das Thema etablieren war natürlich aber auch zu der Situation oder bei der Situation bei der Fortuna wahrscheinlich gar nicht so einfach. Wenn man sich dann den Kader zu der Zeit anschaut, hatte man ja auf der Stürmer-Position neben dir noch, glaube ich, zwei oder drei andere. Das war ja dann einmal noch Kovnacki, dann hatten wir noch Hennings, der ja absoluter gestandener Profi war und ich glaube später dann sogar noch Ginczek. Genau, richtig. Wie hast du das für dich empfunden? Dachtest du mehr so, boah ey, wie soll ich an den Jungs vorbeikommen? Wie soll ich da Spielpraxis kriegen? Oder warst du so, boah geil, ich kann von Hennings, der so viele Jahre sich schon in diesem Profi-Fußball etabliert hat, extrem viel lernen. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Also eine Mischung aus beiden ist das. Also wenn man, wenn man nicht denkt oder nicht daran, oder wenn man nicht, wie soll ich das jetzt ein bisschen sagen? An sich glaubt? Man muss an sich glauben, sonst, also man muss auch irgendwo im Kopf muss der Gedanken haben, boah, mit harter Arbeit schaffe ich es an denen vorbei, weil sonst braucht man, sonst glaube ich, hat man im Fußballgeschäft nichts verloren, wenn man den Gedanken nicht irgendwo hat. Aber auf der anderen Seite muss man auch Realist sein und wissen, dass die Chancen, wenn dann Uwe Hennings oder David Kovnacki der polnische A-Nationalspieler zu dem Zeitpunkt war, wenn die nochmal vor dir bei Werder Bremen erste Liga spielt. Genau, wenn die natürlich da vor dir auf deiner Position sind, dann wird es natürlich schwer. Aber auf der anderen Seite hat man sich natürlich auch im Training probiert, so viel es geht von denen abzugucken und abzuschauen und das war schon sehr lehrreich, die Zeit. Aber irgendwann musst du halt wissen für dich, hey, ich muss auf meine Spielzeit kommen oder ich muss zumindest von der Spielzeit weiter nach oben gehen. Also ich bin jetzt nicht dahin gegangen und habe gesagt, ich muss jetzt übermorgen Stammspieler werden, sondern es muss aber auf jeden Fall einen Schritt nach oben passieren. War die Perspektive da? Wir hatten ja eingangs heute bei unserem Gespräch auch über Klaus Allofs gesprochen. Wie war da die Perspektive oder überhaupt die Herangehensweise, als sie dir den Profivertrag gegeben haben? War der Gedanke, ey, du sollst dich über die nächsten drei, vier Jahre hier entwickeln und dann irgendwann auch zur Nummer 1 entwickeln? Was war so ein bisschen der Ausblick, den sie dir gegeben haben? Schon, dass ich mich erstmal entwickeln soll und irgendwann, dass sie sehen, dass ich auf jeden Fall irgendwann Stürmer Nummer 1 werden könnte oder auf jeden Fall Stürmer Nummer 1 oder 2 werden könnte. Nur muss man natürlich im Fußballgeschäft auch so ehrlich zu sich selber sein. Man ist ein Wettlauf gegen die Zeit und dadurch, dass ich halt nicht mit 16, 17 schon den Profivertrag vorliegen hatte und noch wirklich die Zeit hatte, bis man dann irgendwann 20 ist und sich so entwickelt hat, dass man dort von Anfang an spielen kann oder halt zumindest regelmäßig Spielzeit bekommt, sondern ich war zu dem Zeitpunkt halt nicht mehr der Jüngste und deswegen ist es dann natürlich schwer, wenn man hört, ja, man braucht noch Zeit sich zu entwickeln und, 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 weil man so viel Zeit natürlich nicht hat als Fußballspieler. Total verständlich, vor allem irgendwann läuft ja die biologische Uhr ab. Das stimmt. Dann wird es nicht, mit jedem Jahr wird es jetzt nicht einfacher, vor allem wenn man guckt, was dann noch alles für Jungs irgendwie aus den NLZs rauskommt, was ja auch meistens dann schon mit 15, 16 solche Maschinen sind, die eine Athletik haben wie totale Freaks. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt, was mich, wir gehen ja jetzt fast sogar auf die Zielgerade beziehungsweise wenn wir uns jetzt den Zeitstrahl anschauen, sind wir fast in der Gegenwart. Du hast dann auch ein paar Spiele für die Fortuna ja im Profikader gemacht. Wie kam das dann, dass du im letzten Sommer die Entscheidung getroffen hast, hier geht es für mich nicht weiter? Wie war das Interesse grundsätzlich auch in der Bundesliga? Hattest du das Gefühl, da ist schon ein Markt für mich als jemand, der, was waren das, zwei Jahre, drei Jahre, als du noch Kreisliga gespielt hast und plötzlich warst du in der zweiten Bundesliga? Ich glaube, das müssten zweieinhalb Jahre gewesen sein, circa also dazwischen oder zweieinhalb, drei Jahre müssen das gewesen sein und ja, ich kam dann auf ein paar Einsätze, sehr kurz, paar No-Coats und ja, dann wurde halt im Winter auch noch Daniel Ginczek geholt, noch ein Brecher vorne drin und da habe ich halt schon so gemerkt und auch, ich habe mich dann auch mit dem Trainer ein bisschen unterhalten, bevor die neue Saison losging und man merkt ja dann schon im Gespräch, wie mit einem geplant wird und da kann die sportliche Leitung kann dir eins sagen, aber wenn der Trainer sagt, okay, ich plane eher nicht mit dir und einem das probiert durch die Blume zu erzählen, versteht man es natürlich trotzdem und da bin ich auch niemandem böse oder so, das ist vollkommen verständlich, alles gut, das ist das Geschäft, alles, alles, alles okay, aber da probiert man natürlich oder fragt man sich, hey, was wäre jetzt der beste Schritt für mich und dann hat man sich halt umgehört, wie so der Markt für einen aussieht und da hat man schon gemerkt, dass es aus der zweiten Liga Interesse gibt, auch man hätte auch den Schritt machen können, in der Liga drunter zu gehen, in die dritte Liga und vielleicht, sage ich mal, noch mehr Spielzeit direkt von Anfang an zu bekommen, aber das war für mich oder hat sich für mich nicht richtig angefühlt, wenn Interesse aus der zweiten Liga besteht, dann finde ich, wollte ich das wahrnehmen und da war ich sehr, sehr glücklich mit Kaiserslautern, die da auf mich zugekommen sind, auch schon recht frühzeitig, da gab es schon davor auch ein paar Gespräche und habe mich einfach, habe mich wohlgefühlt und ja, bereue es auf gar keinen Fall jetzt hier zu sein, bin sehr happy. Gab es noch, während die Gespräche gelaufen sind, andere Faktoren, wo du gesagt hast, ich habe mit Kaiserslautern wirklich ein gutes Bauchgefühl? Ja, wenn man sich den Verein anschaut und die Historie des Vereins, wenn man sich anschaut, was da jedes Mal, egal ob heim oder auswärts, los ist, dass das ein Mentalitätsverein ist und da habe ich mich einfach, da konnte ich mich gut mit identifizieren und da habe ich mich gesehen und deswegen hat es von allen Faktoren einfach gepasst. Wie kamst du dann in die Saison rein? Das war ja dann schon tendenziell, die haben ja vor dem Sturm noch mit Terrence Boyd auch absolut, würde man sagen, Urgestein, also schon lange bei Kaiserslautern. Wie bist du da in die Rotation reingekommen als Stürmer? Ja, also das mit Terrence war mir klar, dass das Fanliebling und schon länger dort und gute Spiele für den Verein gemacht, war klar, dass das nicht leicht wird und ich bin aber auch kein Typ, der sich irgendwie was aussucht, okay, weil das ist jetzt leichter für mich und das wäre schöner und da muss ich ein bisschen weniger machen, sondern ich nehme das, nehme die Konkurrenz an und probiere mich daran zu motivieren und lasse mich davon motivieren und wusste, okay, hier kann ich mich mal in keinem Training rausnehmen, wenn ich irgendwie Spielzeit haben möchte, sondern hier muss ich jeden Tag. Du hast dann nicht nur dein erstes Tor in der Saison gemacht zu Hause, sondern du hast direkt ein zweites Tor auch beim HSV im Volksparkstadion gemacht. Wie war so da grundsätzlich da das Gefühl, weil dann dachtest du, das war ja nicht dann irgendwie ein One-Hit-Wonder, sondern langsam fing der Stein an ins Rollen zu kommen sozusagen? Ja, aber war umgedreht. War erst in HSV getroffen und dann zu Hause. Ach so, okay. Also HSV war zuerst. Ach, tatsächlich. Und ja, aber im Volksparkstadion zu treffen ist schon sehr bewundet, sehr, also sehr besonders auch, muss man, auch wenn ich, also ich liebe den Betze und aber das war auch schon, das war brutal auch, weil es ein Abendspiel war, ich glaube es waren 10.000 Gästefans von uns dabei, das war schon, also die Situation hat gepasst, sage ich mal und ja, dann gegen den großen HSV der zweiten Liga, sage ich mal, ist natürlich besonders gegen die zu treffen, weil zu dem Zeitpunkt natürlich auch viele gedacht haben, dass man nächstes Jahr nicht mehr im Volksparkstadion spielt und ja, jetzt spielen wir dann nächste Saison wieder und dann hoffe ich, dass ich dort wieder treffen kann. Ich muss sagen, es tut auch noch ein bisschen weh, weil ich glaube, ich habe mich schon ein, zwei Mal geoutet als HSV-Fan, würde ich schon sagen, bin halt hier aufgewachsen und habe auch selber da fünf Jahre gespielt, von daher ist so eine gewisse Beziehung zum Verein da und immer wenn Auswärtsfans von Kaiserslautern, Dynamo, Dresden, das ist immer echt verrückt, wie sie da den Volkspark nicht unbedingt einnehmen können, aber die Auswärtsfans-Section ist dann doch schon ein bisschen lauter. Wie war das für dich, als dann der ganze Volkspark vom HSV sozusagen leise war und dann die ganzen Kaiserslautern-Fans ordentlich Lärm gemacht haben? Ja, das war schon sehr schön, wobei ich in dem Moment auch nicht so viel mitbekommen habe, sondern da eher so in meinem eigenen Film war. Eigener Tonne. Ja, komplett Tunnelblick und ja, ich kann mich sogar nicht mehr so richtig an Jubel erinnern. Was würdest du sonst eigentlich für ein Jubel machen? Ich habe gar keine Videos. Hast du irgendeinen Jubel? Ich bin da nicht so ein Jubeltyp, also ich nie rutsche, wenn der Platz das hergibt und sonst habe ich da jetzt nichts Spezielles, was ich da jedes Mal mache. Aber wäre das nicht auch mal eine Option, sonst mit Aaron oder so oder mit Terrence da was auszuarbeiten? Ja, mit Aaron haben wir schon oft darüber geredet, dass wir zusammen jubeln und dann haben wir es jedes Mal vergessen oder jedes Mal kamen die Emotionen so, dass man es dann doch anders gemacht hat. Aber da muss ich, glaube ich, nochmal einen Nachhilfeunterricht mit Aaron gehen. Ja, ich hoffe, da kommt nochmal was. Dann können wir das nämlich perfekt nochmal klippen, dann kommt jetzt die Sequenz. Ich weiß nicht, ob du die Szene kennst hier mit Mason Mount, wo die dann in dem Video gezeigt haben, wo er diesen Jubel machen sollte. Ja, doch, doch, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Genau, deswegen, das würde eigentlich auch ganz gut passen. Also vielleicht, wenn du nächstes Mal machst, machst du einfach, machst du dir. Ja, ja, okay. Wenn Aaron mitmacht, mache ich das. Das wäre crazy, mit Juice Man. Warte, ich hatte noch eine letzte Frage, bevor wir, ich sag mal, das Kapitel Tiger Lobinger beziehungsweise das, was geschrieben wurde, beenden. Wie war das dann grundsätzlich für dich, auch gegen deinen Ursprungs oder deinen Ex-Verein zu spielen? Es war ja auch ein sehr, sehr hitziges Spiel, wo du dann am Ende noch einen Elfer rausgeholt hast. Ja. Was hat dir das bedeutet? Natürlich, du warst, du bist ja jetzt ja nicht Ewigkeiten gespielt, aber es war ja schon ein gewisser Stellenwert in deiner Vita. Ja, auf jeden Fall. Also Düsseldorf wird für mich immer auch irgendwo wichtig bleiben, weil ich da nun mal meinen ersten Berufsvertrag unterschrieben habe, das erste Mal Zweitliga gespielt habe und natürlich ist es besonders immer gegen Ex-Vereinen. Man ist motiviert und will natürlich auch zeigen, wie man sich neu entwickelt hat oder wie man sich weiterentwickelt hat und deswegen ist das immer schön und ja, letztendlich ist es aber trotzdem so, das ist nun mal Vergangenheit und ich bin nun mal einem neuen Verein und für den will ich nun mal Spiele gewinnen und Siege feiern und ja, ich habe jetzt keine Schwalbe gemacht oder sonst irgendwas, sondern es war nun mal ein Foul, der einen Elfmeter verursacht hat. Und das ist sogar in der 90. Genau, also ich weiß, neunzigste, kurz vor Schluss und neunachtigste irgendwie so. Da ganz wichtig, ich habe mir extra die Szene vorher nochmal angeschaut. Ja. Du suchst sehr, sehr offensiv, sehr, sehr offensiv auch den Kontakt, ne? Hast du schlau gemacht, muss ich ja sagen. Also ich, ja, ich suche den Kontakt, aber das ist nun mal meine Aufgabe als Stürmer. Total, ich wollte dich nur mal ein bisschen konfrontieren, mal schauen, was für eine Ausrede du hast. Ne, also die einen sagen clever, wenn man es aus Düsseldorfer Sicht betrachtet, dann sagt man vielleicht, ja, muss nicht sein gegen den Ex-Verein, aber es gibt nun mal kein Mitleid in dem Fußballgeschäft und deswegen, weil ich... Ich würde es einfach unterschreiben mit clever, gut den Kontakt ersucht. Dann soll das so clever gewesen sein. Lass uns nur vielleicht ganz, ganz kurz einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben, jetzt gar nicht grundsätzlich, wo du gerne noch in Zukunft spielen willst. Was denkst du, wie wird jetzt die Saison für dich, was sind so ein bisschen deine Ziele? Ja, meine Ziele sind es nach wie vor komplett in der zweiten Liga anzukommen, mich weiter dort zu etablieren im Profibereich, weiter an mir selber zu arbeiten, meine Schwächen zu schwächen und meine Stärken stärken und ja, einfach jeden Tag Vollgas geben, dass ich mir auf jeden Fall nicht irgendwann in ein paar Jahren vorwerfen kann, hätte ich da und da mal was mehr gemacht, sondern, dass ich guten Gewissen irgendwann sagen kann, hey, das sollte vielleicht nicht mehr sein, sollte vielleicht genau so sein, aber du hast alles gegeben und genau das ist mein Ziel, das zu erreichen. Sehr schön. Jetzt abschließende Frage, wir haben das schon ab und zu mal gemacht und mich würde das bei deiner, ich sag mal, sehr sprunghaften oder eigenartigen Vergangenheit auch sehr interessieren, was sind so deine Top 3 und gerne auch ranken, also von 1, 2, 3, gerne auch nach, wer die besten waren, besten Mitspieler, die du in deinem gesamten, ich sag mal, Prozess hattest. Top 3, das ist schwer. Und das ist auch meistens unangenehm. Ja, es ist auch unangenehm, das ist wirklich, das ist wirklich unangenehm. Aber ich sage direkt, ich fange, auf welchem Platz stelle ich den? Eigentlich muss ich ja Aaron sagen, ne? Also rein auch zu dem Bezug vom Athletic Room würde es passen. Aber du musst ihn nicht reinpacken, wenn du sagst, er hat nicht die Qualitäten, dann... Doch, ich sehe, ich sag mal, ich packe Aaron auf drei, weil ich ihn sehr viel sehe, in der Zukunft auch. Also ich sehe, er hat, also ich mag seinen Spielweise extrem gerne. Manchmal bin ich ein bisschen sauer auf ihn, wenn er nicht das Eins gegen Eins sucht, weil ich weiß, wie gut er im Eins gegen Eins ist. Und ich sehe noch ganz viel in ihm, deswegen packe ich ihn auf jeden Fall in die Liste rein, weil ich noch viel Entwicklungspotenzial in ihm sehe. Deswegen ist Aaron Opoku auf drei. Dann ist auf zwei Aotanaka, das ist nämlich gut, weil der versteht mich eh nicht. Und ja, der war brutal. Den fand ich schon echt sehr gut. Wo spielt er jetzt? Immer noch bei Düsseldorf. Ah, okay. Und also der hat auch mit Japan gegen Deutschland gespielt, wo Deutschland sehr gut aussah. Nicht. Nicht. Ja, dann auf eins. Jetzt wird's jetzt wird's eklig. Oder du tust jemandem Gefallen, weil es auch immer für die Freundschaft was machen. Auf eins tue ich einen direkten Gegenspieler von mir, weil ich es immer sehr eklig fand, gegen ihn zu spielen. Und zwar tue ich dort Kevin Danso. Oh. Dem habe ich in Düsseldorf zusammen gespielt. Spielt jetzt bei Lenz in Frankreich und gegen ihn war es immer sehr sehr eklig um Training zu spielen. Ich glaube, der hat sich jetzt nochmal in Frankreich extrem gut entwickelt. Ist ja auch eine absolut challenging Liga so ein bisschen, auch was den ganzen Speed angeht. Genau, genau. Und ja, das würden sagen so mein Top 3. Perfekt. Nehmen wir so, ist gekauft. Ich würde sagen, außer du hast noch irgendetwas, wo du sagst, das haben wir vergessen. Eigentlich haben wir alles gut abgearbeitet. Absolut, war ja jetzt keine kleine Akte. Ich hoffe, da kommt noch einiges. Wir als Athletes Room werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Es war wirklich eine Ehre, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank, Tiger. Sehr, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wer weiß, vielleicht kommen ja noch ein paar Kapitel dazu und dann irgendwann nochmal. Sehr gerne. Das wäre mega, wenn wir da irgendwann nochmal ein Update machen, spätestens vielleicht in zwei, drei Jahren und dann hoffentlich entweder aus der Bundesliga, Premier League, La Liga. Who knows? Vielleicht nochmal in die Sonne. Wer weiß, wer weiß. Alles klar, Tiger. Mach's gut. Mach's gut. Vielen, vielen Dank. Ciao, ciao. Ciao,